Diese hier angebotene zweieinhalb Zimmer Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung befindet sich in Oberhausen-Altstadt-Süd. Das Mehrparteienhaus wurde im Jahr 1954 erbaut und 2013 saniert. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage und wird über eine fernwärme Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 53 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 370 Euro. Postbank Immobilien GmbH beantwortet gern Ihre Fragen. Versulent in Not 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 Bis zum nächsten Mal.